Liebe Zuschauer, Ostern steht vor der Tür und da überlegt man immer, was könnte man Kleines schenken. Ostern schenkt man sich ja eigentlich nur so ein paar Süßigkeiten und noch so was Klitzekleines dazu. Und ich habe jetzt eine Idee, was Sie dieses Jahr ins Osterkörbchen legen könnten für Frauen und für Männern, was definitiv gut ankommen wird und ganz kleines Geld kostet. Wie wäre es mit Düften? Ja, ich weiß, jetzt denken Sie erstmal, ja toll, Düfte, die kosten ja 60, 70, 80 Euro. Richtig, in der Parfümerie schon, aber nicht bei Puritiva. Oder liebe Vivian, wie ist es bei dir? Du stehst auch auf Düfte, oder? Ich würde dich immer so nachsprühen und nochmal in der Pause nochmal nachlegen. Ja, genau so ist es. Also ich liebe Parfüm. Ja, aber meistens kosten sie halt, wie gesagt, wirklich dann so um die 60, 70, 80 Euro, vor allem wenn es Eau de Parfum ist. Da bezahlt man richtig Geld. Ich kenne das selber von meinem Lieblingsduft und bin da meistens auch so ein Stück weit zu geizig und denke mir dann, ja, muss das sein, bezahlst du jetzt wirklich so viel und lass es mir dann lieber schenken. Genau, zu einem Anlass. Aber das Schlimme daran ist ja, die Düfte sind eigentlich nur so teuer, weil da immer der Designer-Name draufsteht. Also man bezahlt den Namen bloß. Was habe ich davon, dass da jetzt der Name draufsteht? Worauf wir hinaus wollen, wir haben tolle Designer-Düfte für Sie für ganz kleines Geld. Und wir beginnen natürlich, man sagt ja Ladies first, mit unserem Sarah Lynn Damen-Duft namens Gold. Und das Schöne daran ist, Sie bekommen nicht einmal 100 Milliliter zu Ihnen nach Hause, sondern zweimal 50 Milliliter. Und das finde ich ganz toll. Jetzt kommst du ins Spiel. Du könntest dir jetzt ein Flakon ins Badezimmer stellen und den zweiten für die Handtasche. Ja, vor allem, ich bin ja auch viel unterwegs. Und wenn man dann einmal den Duft morgens auflegt und ist dann den ganzen Tag unterwegs, dann denkt man sich ja auch, oh, jetzt nochmal so ganz schnell vor dem Termin. Und das ist natürlich schön, wenn man seinen Lieblingsduft dann noch in der Tasche mitnehmen kann. Also der erste Duft ist ein wirklich sehr femininer Damen-Duft. Der ist so ein bisschen blumig-süß, aber auch ein paar frische Nuancen. Du kannst ja mal dir ans Handgelenk mal so einen Spritzer draufsprühen und sagst mir mal, an was dich das erinnert. Weil teilweise denkt man, oh, habe ich doch irgendwo schon mal gerochen. Genau, das machst du richtig noch ein bisschen. Verreiben darfst du mal. Genau, genau. Komplett richtig. Ich sehe. Es ist auf jeden Fall ein sehr femininer Duft. Ja, blumig und also wahnsinnig. Angenehm, ne? Ja. Ich finde, das erinnert mich immer an so einen ganz teuren Designer-Duft. Gut, Namen dürfen wir hier nicht nennen, aber auf jeden Fall kostet der 80 Euro, glaube ich, in der Parfum-Marie. Ich weiß, welchen Nummer ein. Und das Schöne ist ja, ein Spritzer genügt. Das ist ja hochkonzentriert in Eau de Parfum. Das heißt wirklich einmal sprühen, vielleicht noch ein zweites Mal am Tag nachlegen. Das reicht dann aber auch schon. Und wir haben für Sie hier wirklich zweimal 50 Liter. Also zwei diese kleinen Fläschlein kommen nach Hause. Sind doch alle einzeln verpackt. Sie können deswegen auch gerne eins verschenken, eins selbst behalten. Aber ich finde immer gerade so fürs Osterkörbchen, Sie müssen ja nicht verraten, was Sie dafür bezahlt haben, ne? Also die Düfte, die kosten bei uns wirklich nur ganz kleines Geld. Für 7,63 Euro. Überleg mal, 7,63 Euro für ein Eau de Parfum ist schon ein Knüller, oder? Das ist absolut der Wahnsinn. Ich habe es noch nie so billig gesehen. Und ich sage mal, wenn ich daran rieche, ich könnte mich echt an den Duft gewöhnen. Also es ist absolut phänomenal. Hochwertig, ne? Ja, ich stelle mir da so eine Frau mitten im Leben, in der Stadt vor, quasi, die ihren Weg geht. Und ja, auch das Design ist natürlich sehr, sehr schön. Also es sieht total edel und hochwertig aus. Ja, und so riecht der Duft auch. Ich glaube, dazu haben wir auch eine Kundenstimme von einem Mann, der dies schon seine Liebsten geschenkt hat. Ist das richtig? Genau. Er ist aus Igging, sagt, meine Frau ist total begeistert, schon als sie es sich das erste Mal aufs Handgelenk gesprüht hat. Toller Duft. Mehr kann man nicht sagen. Für meine Frau ist der Duft perfekt. Und ich bin froh, das Richtige gekauft zu haben. Eben. Wir Frauen wollen ja gut duften. Und Männer, ihr wollt ja auch, dass wir Frauen gut duften. Also von daher, ne? Liebe Männer, also wir Frauen, wir freuen uns gar nicht, wenn wir zu Ostend irgendwelche Pfannen und Töpfe geschenkt bekommen. Und damit kommen wir zu den Herren der Schöpfung. Früher war das ja immer so, so Düfte waren ja mehr so Frauengeschichte. Aber ganz ehrlich, wenn so ein Mann gut riecht, guckt man auch ganz gerne mal hinterher, oder? Ja, vor allem, man sagt ja auch, das ist so ein bisschen, ja, aus der Vergangenheit, aus der Urzeit. Man sagt ja, dass Düfte so das sind, was im Unterbewusstsein so ein bisschen anzieht und was den ersten Eindruck schindet quasi. Ist ja in der Tierwelt auch so, ne? Ja, genau. Ja. Und da kommen so ein bisschen Urinstinkte hoch. Und ich finde das immer sehr, sehr toll, wenn ein Mann gut riecht und dann, ja. Ja. Also, als ich unser Tom Kobani Black das erste Mal gerochen habe, da habe ich wirklich an einen Mann gedacht, der wirklich schon so mit beiden bei einem Leben steht, der weiß, was er will. Und auch, ja, so das typische Modell George Clooney riecht. Du musst es unbedingt mal riechen. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich ein Duft. Da dreht man sich auch ganz gerne mal um. Genau, zwei Handgelenke. Ansonsten müssen wir dann noch, du kriegst dann das dritte von mir, das dritte Handgelenk. Also, das ist wirklich ein Duft. Also, wenn so ein Mann riecht, ja, da guckt man gerne hinterher. Ja, ist auf jeden Fall sehr frisch, aber trotzdem stark vom Geruch her. Ja, ich finde auch so klassisch elegant. Also, wirklich so, also, ich stelle mir da so einen Mann in Anzug vor mit einer dicken Rolex am Handgelenk, ein schönes dickes Auto, ne. Also, es riecht einfach teuer. Ja. Um es mal so zu beschreiben, ist es aber nicht, denn wir haben hier ganz kleine Preise von 8,43 Euro für Sie. Also, das ist ein super kleiner Mini-Preis, denn, oh, jetzt kommt die Kratzen-Duft in meine Richtung. Ich meine, wir reden hier von einem Eau de Parfum. Und auch das erinnert mich, ich weiß nicht, ob du weißt, welchen Designer, ich meine, der hat momentan auch ganz viel so mit Düften. Also, ne, alle Stars bringen dann noch irgendwelche Düfte auf den Markt und das erinnert mich auch sehr stark daran. Das Schöne daran ist, die Duftkompositionen sind eigentlich immer die gleichen, ne. Und lediglich fügt dann jeder so sein eigenes Tüpfelchen noch obendrauf, damit es so seinen persönlichen Touch bekommt. Aber von Prinzip her ist vom Inhalt immer so, ja, es ähnelt eben auch diesen anderen Düften. Nur bezahlen Sie bei uns eben nicht den Namen, sondern das, was drin ist. Unsere Basisnote, Leder, Hölzer und Moschus, das ist schon richtig maskulin-männlich, ne. Ja, so sollte ein Herren-Duft ja auch sein. Eben, genau. Also, liebe Männer, von uns haben Sie schon mal das Go, weil, also, wir. Ne, da dreht man sich einfach gerne um, oder? Ja, ich denke, so kann man es nennen. Also, wenn da so ein gestandener Mann vor einem steht und dann kommt dieser Duft da noch, das ist... 8,43 Euro für ein Eau de Parfum, liebe Männer, oder beziehungsweise liebe Frauen. Das wäre doch auch ein nettes Ostergeschenk. Weil Männer freuen sich ja bekanntlich auch nicht über Tennissocken und Monsterkörbchen, ne. Also, das ist ja immer so das Typische, was man dann aus lauter Verzweiflung schenkt, weil man nicht mehr einfach weiß, worüber könnte sich der Mann freuen. Über unser Tom Kobani Black, liebe Männer, das wäre doch ein toller Duft für Sie. NC 4872 und die 569. Ganz ehrlich, für so kleines Geld würde ich, glaube ich, gleich zwei, drei oder vier Flakons kaufen. Da hat man immer mal was da, ne. Wenn man mal spontan irgendwo eingeladen ist und weiß nicht, was könnte man schenken. Aber, unser letzter Duft, unser Tom Kobani Herenduft Sport, der hat es mir auch ganz besonders angetan. Weil das ist so ein richtig frischer, männlicher Duft. Es ist ein Eau de Toilette, weil es gibt Männer, die tatsächlich sagen, ach naja, ich mag es, wenn es so ganz frisch ist, wenn es nur so wirklich so ein Hauch einfach ist. Und ich nehme den mal ganz kurz weg, weil dieser Duft, der ist einfach genial. Also, da würde ich auch zugreifen. Ich bin ja auch so jemand, ich stehe ganz gerne mal auf so einen Männerduft, nutze ich auch ganz gerne selber mal, weil, schnuppere mal. Ja, riecht auch sehr, sehr gut und ist vielleicht mehr auch so ein bisschen was für den Tag. Also, man könnte ja auch gut das tagsüber benutzen, so ein bisschen unaufdringlicher und den anderen das Ode Parfum dann abends. Du, das ist eine sehr gute Idee, weil man kann die ja auch übereinander kombinieren, also oder miteinander, dass du dann, wie du gerade sagtest, tagsüber, dass man das Sport auflegt. Gerade so im Alltag soll es ja immer ein bisschen frischer sein. Und dann abends, wenn man dann wirklich mal ein schickes Abendessen hat mit der Liebsten oder mal Theaterbesuch oder eine Oper, dann könnte ich das, unser Black einfach drüber sprühen. Und dann, gute Idee, guter Hinweis, wir haben hier wirklich ganz frische Zutaten für Sie. Die Zitrone, Ingwer, dann natürlich Lavendel und natürlich auch Bernstein. Also, das sind wirklich top, top Nuancen, die wir hier für Sie verarbeitet haben. Und schauen Sie mal, für dieses kleine Geld, für 4,61 Euro. 100 Milliliter. Ja, eben, das ist es ja. Ich meine, das sind 100 Milliliter, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich glaube, auch da haben wir ein paar Kundenstimmen, oder? Ja, auch RS aus Egingen sagt, ich bin total begeistert, toller Duft, mehr kann man nicht sagen, für mich perfekt. Was Besseres gibt es nicht in dieser Preisklasse. Ah, das war doch der Herr, der auch für seine Dame schon den Duft gekauft hat. Also, wiederholungstäter, genau. Also, schlagen Sie zu, unsere Kunden sind begeistert, wir sind auch begeistert von unseren Düften. Sie sollten jetzt ganz schnell zum Hören greifen, denn ich weiß, dass unser Tom Kobani Sport auch einige Zeit ausverkauft war. NC 4871 und die 569 für 4,61 Euro. 100 Milliliter, oder die Toilette, da kann man wirklich nicht meckern, da kann man auch nichts falsch machen, vor allen Dingen. Das ist ja das Thema, weil manchmal hat man ja auch so einen Duft in der Parfümerie, riecht ja ganz anders als im Zuhause, wenn man ihn dann testet. Deswegen hier einfach mal ausprobieren. Es ist wirklich ein toller Duft, beziehungsweise tolle Düfte. Sie müssen jetzt anrufen, wenn Sie sich dafür entscheiden und sollten ganz schnell reagieren, denn sonst sind die auch wieder ausverkauft. Und die Telefonnummer hierfür ist die 0180 51 51 und dreimal die 2. Man könnte aber auch online bestellen, ne? Genau, unter www.pearl.tv. Genau, schlagen Sie zu. Viel Spaß. 구독,��geoma. Vierd привет. Publikum. attachة. nadenrehe. Where do we? Does mit virus Nano Das? Auswirkert. 村her. Bis zum nächsten Mal.